Für mich war es eigentlich von Anfang an klar, bei der Kampagne mitzumachen. Es ist eine große Ehre und ich sehe einen großen Nutzen darin. Wir müssen uns einfach alle an die Regeln halten und ich persönlich bin es natürlich auch gewähnt mit dem Körperkontakt vom Sport her, aber wir müssen uns einfach an die Regeln halten, damit wir schnell wieder zur Normalität zurückfinden. Die Geste für mich bedeutet in erster Linie mal das Lachen. Das ist natürlich ein Geste, was unter der Maske verborgen bleibt, aber wenn wir uns an die Regeln halten und uns gegenseitig respektieren, dann werden wir bald wieder zur Normalität zurückkehren und das Lachen kommt wieder zum Vorschein.